IT'S A FUCKING NIGHTMARE, YOU BITCH! Jaaaa? Ich hab dir die ganze Zeit gesagt, dass ich Bronze bin. Beziehungsweise mit meinem 3er-Team war ich Bronze. Und mit meinem anderen bin ich unranked. Und letzte Season war ich Gold 5. Ach so, letzte warst du Gold, alles klar. Uhhhhhhhhh! Du sagst, dass du willst nächste wieder Gold kommt. Das ist halt schon wieder so'n blödes Mix-Team. Da weißt du gar nicht was... Also Musik changen, ne, für euch? Ist das klar? Nö. Was? Also Report. Ich bin schon losgelaufen. Das lass' ich nicht auf mir sitzen. Das lass' ich nicht auf mir sitzen. Das lass' ich nicht auf mir sitzen. Oh. Ja, schau' wir mal. Wo ist denn das Mana-Ding da? Ach so, hier. Mach' den Darius für'n Scheißer. Wer für'n doofes Move-Setter. Wow! Oh fuck. Mach' den Elefanten. Bist du stolz auf dein Master Yi-Ding da? Ne, ehrlich gesagt, ne. Oh, Kevin hast's mal mit mir getauscht. Was war das denn? Was die ersten Skill-Gefäße. Alter, wie sich das anhört. Klick, 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 klick. Warte, es noch mal dieses. Klick, 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 klick. All dance, please. Komm, dance mal alle. Ne, ich renne mal ein bisschen hin. Alter, was machst du denn? Du Arschloch. Nicht, wenn man dance. Ne, nicht, ne. Echt nicht. Die sind mehr Early-Game als ich bin. Ja, möglicherweise. Ne, ganz sicher sogar. Auts! Kacke. Oh man. Also ich denk wir kriegen jetzt erstmal 10 Minuten auf die Fresse und dann dreht sich das um. Das ist ja unten am Schreiben die ganze Zeit. Das ist ja unten am Schreiben die ganze Zeit. Ja, was denn? Ich hab jetzt auf YouTube vor meinen Namen. Ja, siehst du noch wie das kommt. Ja, normalerweise. Ich bin mit dem Video noch nicht fertig. Ich komm ja nie dazu. Immer muss ich zocken. Ich werd immer gezwungen dazu zu zocken. Wollt ihr in Heal oder warum seid ihr alle bei mir in meiner Nähe? Ja. Ja. Das können wir echt gar nichts tun, ne? Boah, jetzt! Äh, Level 6 können wir fighten mit der Sohne, old. Obwohl, ne, die haben vierte. Man, immer muss ich euch heilen, ey. Man, immer muss ich euch heilen, ey. Ne, ich komm groß raus. Das ist schon so ein Spacken, ne? Wie sie da alle stehen. Ja, wir können ja nichts rein, ob du es hast. Und? Ja, oder wir, ähm, sowas. Ja, komm, hau rein. Wow. Hm. Oh, die sind natürlich schon erst Level 6. Ach, kacke. Oh, auch noch gegen die Wand, ey. Das ist so gut, ne? Ja, das stimmt. Das ist Level 6. Flieg Ball! Aua! Komm, drauf! Genau! Ach, der ist tot? Was? Der war schon mal gut los? Ja. Okay. Ja, gerade eben. Ja, hab ich ja nicht mitbekommen, war ich ja tot, ne? Ja. Ach, ja. Wir sollten keine Facken tragen. Säckchen. Schon knapp. Und klappen nicht. Ja, was ist denn das? Achso, das kann man da auch da drauf machen? Oh Gott, wie dumm. Warum kann man das machen? Das ist so dumm. Aufs Leben, oder? Ja, warum macht man denn sowas? Das ist doch... Nee, egal. Guck. Auf Ulti kann man das... Also ich kann es auch verstehen, wenn man das auf den Dingern hier macht. Ja, man kann auch rechts gucken. Das ist doch jetzt eigentlich egal. Ulti, Ulti. Das ist Quatsch. Ja, manchmal gucken wir da nicht so drauf. Äh, manchmal kann man es doch auf Active Items machen. Zum Beispiel Yumus oder so. Stimmt. Ja, das sieht man eigentlich. Das macht schon wieder mehr Sinn. Ja, wir haben alle Ulti ready, ne? Klar. Ja. Das mal irgendwie... Oh, ich hab... Ich hab... Das läuft irgendwie nicht so. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis das läuft. Ich bin ja noch nicht tanky, das passt schon. Schaut, dass jetzt wenig noch haben. Guck mal. Nö. Easy. Boah, was machen die alle? Ah! Die gehen da voll hemmen, alter. Ich will auf. Ich komme. Ich will nicht nur ablenken. Ich will nicht nur ablenken. Jo, sie schaffen's. Mein erstes Video war doch so ein StarCraft. Also... Ist, 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 ist Star... Äh, StarCraft, ist, ist StarCraft, ja. Oder... Ne, wie heißt das? Doch, StarCraft, ne? StarCraft 2. Was? 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 Ach, ja. Oh, Alter, da dreht er sich wie ein Beyblade, alter. Da kommt der Beyblade. Ja, da habe ich doch gesackt. Da ist er noch mehr da drin. Aua. Predicted. Flash großgepakt. Und dann tanzen wollen, weißt? So gefailt. Oh Mann, wir können nicht an Lilian Tower. Das können wir nicht machen. Äh, Quinn ist im Busch. Quinn ist nicht mehr im Busch. Fiddle ist nicht mehr im Busch. Okay, jetzt sind jetzt alle wenigstens da, wo wir sie haben wollen. Also wenn sich der Yi die ganze Zeit in den Farm nimmt, dann würde ich aber auch ein S sehen. Oh, meine Schwerterhands. Oh nein. Wie der immer auf mich drauf geht. Oh, was kommt bei T-Pone. Ah, Ulti kommt von mir. Einfach vorbeilaufen, ist der Trick. Nee, nee, der ist mit Power Ramp. Das ist quasi schön. Alter, Kali. Bestie. Was macht der denn? Akali ist links. Vorsicht, da ist Akali. Oh, fuck. Wer ein Sport war gewesen, wenn ich mich gut gemacht hätte. Huh. Was macht der denn da immer? Was macht der denn da? Weiß ich auch nicht, aber es ist lustig. Für uns ist es gut. Soll mal weitermachen. Jetzt ist es lustig. Und gut. Lustig und gut. Kann er schon ein bisschen machen, oder? Alter. Oh nein. Nein, nicht rein. Ich rein. Der meiste hier, rennt und rennt. Nee, er ist erst rein, wenn einer von den Tags irgendwie so ein bisschen geschlagen wird, denke ich. Das ist eine gute Zahl. Oh, Leute, der Vogel. Auch so, ne? Auch so, ne? Ja, jetzt hat er abgebrochen. Jetzt kommen die. Die trauen sich aber auch nicht so ganz gut. Boah, warum musst du denn nicht denken? Ah, kacke. Aber war gut, war ja schön für mich. Hat der noch Dings? Äh, die Wayne. Du willst du? Äh, Tachilus. Sehr krass, Wayne. Hast du einen Ball? Ja, voll. Die stirbt nicht. Flasht. Herz. Ja, flasht die. Ja, stimmt. Lol. Ich stirbe. Wer möchte der sterben, oder was der, der... Da, so aus, ganz blöch. Anscheinend schon. Oder er hat einfach nur schlechtes Internet. Zack baut AP. Gut, falls es jemanden interessiert, was der so baut. Hm. Das heißt, ja doch, auf Zack kann man ruhig mal gehen als Appähler. Weil der hat noch keine Magie, Resi. Ja, nee, ist klar. Fokus den YouTuber. Das ist halt einfach mal gar kein Schaden. So, schweig. Und dafür kriegt er mal einen Towershop. So, herrlich. Oh, der wird. Der kommt. Der kommt. Ist dem egal. Der kommt. Ich erinnere mich. Alter, dick, 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 dick. Oh, maaaan. Ja, ist schon. Ah! Okay, gut. Alles gut. Alter, der meiste hier. Der rennt immer voll rein. Der geht immer voll hin. Doch, guck, da guck. Oh, lol. Riffen Place, Riffen Place. Riffen Place. Oh, schade. Gut, die zu spät. Das Riffen, not Place. Ich glaube, ich bin Full-Tank. Ich kann die nicht töten. Es geht nicht. Nein, es geht doch nicht. Nein, es geht doch nicht. Geht immer. Es geht nicht immer. Es geht immer. Weg, Lernd. Lauf. Ich komme. Laufen. Ich kann nicht ziehen, ich habe immer noch neun. Ich habe noch sieben cooldown. Ich kann nicht ziehen. Ich kann trotzdem ziehen. Ja, natürlich. Ich kann die nicht da. Zieh! Pull, du Affe! Von da bis da. Glaub schon. Gleich jetzt wieder Slow-Boy-Moment. Hallo, ich will doch nicht tanken. Zieh! du kommst weg, ey, es ist nicht dein Ernst, du kommst da raus ist das der Hammer ich bin nicht stolz darauf, dass du da rausgekommen bist, ne? Brauch mal einer Bau doch n'n Tier, ah ne, ist so spät äh, was mit n'n Tier? Träne Ich geh da rein, ne? Passt mal auf Boah ey, das krieg ich immer Ja, was denn, Alter, das war ein super, äh, verdammt Ja, aber ich krieg immer so viel Scheiße ab Boah, Boots Was machst du denn? Ich komm jetzt bloß mal an, ich häng Er geht immer voll hemmen Ich häng voll los Aua Gut, äh, die fokust nicht Das hast du vorher nicht gefallen Ich hätt' gedacht, nicht töten Der hat auch Psych noch nie gespielt, aber das geht, ne? Alter, der macht mir halt ganze 80 Schaden Muss ich jetzt flashen, oder? Ach, wir haben ja kein Tower mehr, das ist gut Ach, wir haben kein Tower mehr, bis hier ist flash So, ne? Können wir gleich mich speedupen, also ich hab halt Gold, Pult und Humor Ach, wir haben kein Tower mehr, bis hier ist flash So, ne? Können wir gleich mich speedupen, also ich hab halt Gold, Pult und Humor Hinter euch Ja, ist egal, wir haben den Rest jetzt schön wegge... Metzl Der rennt in den Tower Okay F*** das Ah, gut Oh lol F*** das Boah, was? Wie war das mit randoms? Der ist doch gar nicht random, oder? Ja, der ist mein Ich bin dann schon fein, ich bin echt gematcht Voll fast Aua Ja, also dein speedup Ja, bin aber grad tot, ne? Wieso, jetzt seh ich das auch Ne, mach das jetzt! Ne, warte, warte, wenn ich... Was ist das? Jetzt! Warte? Äh, jetzt! Gebringt euch nichts, seid zu... Servus, meine Gamerfreunde! Hier ist euer Väter RP Ach, der Typ ist... Und... Ihr seht schon, ich spiel... Catelyn Gegen den links Tatsächlich eigentlich alles kaputt machen, ist der Glück Vergesse, dass du kriegst Klappe! Cool, wieder zurück, ne? Ich sag jetzt gewinnen wir! Ja, wir müssen das auch gewinnen! Hallo? Wo sind wir denn hier? Ja, jetzt, das ist unser Kornreicher! Wir haben schon mal 7 Matches verloren, das ist ganz klar! Also... Ich war geblindet! Ja, das war kacke! Der Fiddle hat sich richtig gut positioniert für seine Ulti! Mussten erstmal alle durchlaufen! Was?! Wo war noch irgendwas für den Rüstung? Äh... Ich darf mal nicht mehr... Hält, kann ich jetzt nicht sein! Hält, kann ich jetzt nicht sein! Hält, kann ich jetzt nicht sein! FJD FJD Kui 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 Sie mechanischen Tastaturen Was denn? Hält Sie an wie eine Schraubmaschine Hält sie an wie eine Schraubmaschine! Nur weil ihr euch keine Schreibmaschinen leisten könnt, ja? Genau, ich voll keine in der Schreibmaschine. Weiter, weiter, weiter! Mach alles kaputt, ich bin geblindet. Voll, Leute. Und nimmt mich mit. Wohin? Nah, Mexiko! Wir haben leider nur ein bisschen mehr gepusht als hier. Leute, seid... Ha, kriegst du nicht! Okay, wir haben den ersten Tower weg, geh mal hin. So, komm, den zweiten. Weib Tower! Nein! Ja, hinten läuft einer durch und wird fertig machen. Ja, der kann nicht fertig machen. Der kann fertig machen! Der kann nicht fertig machen! Der kann nicht fertig machen! Der kann nicht fertig machen! Der kann fertig machen, jetzt kommt er! Hallo, ich kann den nicht aushalten! Nee, nee, Kevin ist schon wieder da. Äh, ich muss jetzt nach oben. Ja, gut. Nein, du kommst nicht. Ach, das sind auch alle weg! Okay, wir müssen eh alle... Scheiße! Der killt mich nämlich, wenn der das will! Nein! Was? Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Nein, oder? Nein, du lebst ja noch! Wohin! Warte, bitte. Ja. Ich hab keine Macht! Hallo! Okay, ich bin auch tot! Nimm mich mit! Hier, das Ding steht wieder! Ich könnte ein bisschen langsamer machen. Los, los! Langsam ist gut, ich hab auch cool drauf! Ich glaube an euch! Darfst du nicht? Ja, wird niemand zu viel schaden. Ja, ich weiß. Ich dachte aber... Ich könnte Plays machen, aber... Hast du die? Nein, leider nicht so. Das wär's ja einfach. Hier, bleib! Er hat mir den Kill gegönnt, er wollte das... Oh, kacko! Oh, kacko! Du willst doch, dass mal unser Geflame erhört! Ja, natürlich! Hab er Cardi weggemacht! So! Er ist doch am Leben von denen! Okay, drei! Alle passt, ne? Ja, ne! Jetzt sind's vier! Die verstecken sich bestimmt in irgendeinem Busch! Hier müsste auch passen! Easy! Äh, fütter den mal! Den großen hier! Warum? Und da ist er Platz? Da sind sie alle! Sag ich doch! Der rennt schon wieder durch! Scheiße, geh zurück! Zurück! Da bin ich! Guten Tag! One by one! Oh, 9 by 6! Boah, ich konnte ihn nicht mehr holen! Ja, ey! Guck mal, der ist schon weggebracht! Ja, Raul! Geh auch rein! Los! Wird rausgehauen! Sorry! Wir sind wieder am Laufen! Geh hier nie weiter! Und dann platzen! Äh, Snowboard! Müssen wir auch, aber schaffen wir nicht! Äh, das hat Minions! Ja, die Minions machen, das werde ich! Einer muss nur zurück! Das passt! Der Rest kann vorne! Nee! Macht auch keinen Sinne! Ich lauf mal! Ich lauf mich mal! Oh! Oh, Alter! Hey, was ist denn mit dem los? Der Volt vom... Ich bin halt nicht schlecht da. Bastard. Er versucht es einfach, weil er weiß, dass er gewinnt ist. Sind wieder alle in dem Busch, ne? Okay, doch nicht. Wow! Er will an dir vorbei und nicht zu bekommen. Ich will snacken! Ich hab gesnackt. Amp! Keule! Ritt, ich bin tot! Boah, eilen, eilen! Kommt hier mal Svigli! Guck mal an! Sehen wir so aus, wenn wir eine gute Hilfe? Ja, ich hab's ja gehofft, aber... Muss mal kurz Braumhauts abwarten, Sekunde. Halb der Zeit. Okay. Aber jetzt... Da sind die Creeps weg hier hinten rein. Ich mag hier nicht die Lüge! Ah! Die machen mich kalt! Der hat den aufgreiflos, dass er... Ach, wir haben das Rede auf uns. Boah, immer snert der Typ. Ja, der hüpft wieder hin! Der hüpft hin! Ja, aber jetzt sind die anderen auch noch da, ne? Ist schon klar. Ne, die anderen sind gar nicht mehr da. Hast du verbraucht. Du, jetzt mach da einen auf XP! Du, jetzt mach da einen auf XP! Du, jetzt mach da einen auf XP! Ihr seid Leben nicht! Ich muss ihn doch ulpen! Ey, ihr seid zufrieden! Und so nach XP! Mann, ich hab kein Leben! Und auch kein Mana! Und deine HP gehen auch zu Neige! Ja, der hat den. Oh! Oh! Kein Legen! Nimm! Und die Benutzer der Tarnier! Ach, nicht fertig, ne? Lol, ich hab weiter! Gib ihn mir noch! Nice! Okay, jetzt komm, weiter! Aufpassen, ob hier Zack wieder in irgendeinem Busch ist. Hast du kein Dings gekauft? Natürlich! So was kauf ich! Ich bin ein Zack, der in dem Busch stehen könnte. Ja, hallo! Oh, Raki! Ey, wir haben ja schon eine Tower weg! Ich finde, das ist ganz gut gewesen! Das ist ein lustiges Spiel! Auf jeden Fall! Du kannst deine Freunde kaum beschreiben, ne? Jetzt aber! Fuck! Der Zack will wieder vorbei? Okay! Nee, der will auf dich drauf! Der mag mich! Jetzt, schön! Komm, drauf! Was? Wer tankt denn eigentlich die ganze Zeit den Tower? Ich, ja! Die will vorbei, weißt du, und checkt! Er kriegt's nicht hin! Boah, wer hält nicht so viel aus? Die, äh, es hat auf jeden Fall irgendwas gekauft, ne? Die hat viel zu viel Leben für ne normale RK. Die hat aber nix eigentlich! Die hat ja nicht mal ein Rühleis! Das stimmt! Wir kriegen, gewinnen wir das noch? Weiß nicht, ob die die falschen Rufen sind gemacht! Oder ihr! Was denn? Achso, ja! Nochmal, ich... Hey, komm, lass die Tower jetzt! Ich mach, ich mach's fliegen! Okay, jetzt ist Party fliegen im Auto! Gern! Die Vey muss weg! Gern! Hier! Akali! Wir müssen jetzt Place machen, gewinnen wir vielleicht! Ja, wir müssen umdrehen! Jetzt nimmer! Jetzt müssen wir abhauen! Ne, ne, wir müssen umdrehen! Wir kommen ja nicht mehr raus! Na! Wer sagt, jetzt bin ich hier! Jetzt echt? Schon wieder? Ach ne! Weiße! Jetzt wart ihr abhören! Wir sind dran hier in A-Raum! Oh, shit! Oh, shit! Ich hab keinen Mana, das ist das gut! Ich hab mir den keinen Mana haben gesehen! Boah! Scheiße! Das war Millisekunde wegen Cooldown! Ja, das war ein Tower-Shot noch! Macht viel! Fuck, ey! Okay, das war Fail-Plays! Ah, ich glaub ich kaufe noch ein Schadens-Item, oder? Was macht ihr denn? Oh, lol! Was tut dieser hier? Er forst das S! Wart mal kurz auf Warmox, ja? Wart mal kurz auf Warmox, alter! Zuck, 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 ding, 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 ding! Oh, das war life-work! Wollte erst linksen, aber es klappt ja nicht, da stehen noch Tower! Backdorn macht keinen Sinn! Ich kann mir keinen Warmox kaufen! Hat keiner Clans mitgenommen oder so? Ich bräuchte ein bisschen Mana! Ich bräuchte auch Mana! Ich bräuchte auch Mana! Was ist jetzt schon wieder los? Wo bleibt denn der Rest? Warte! Hallo! Kommt ihr mal bei! Das brauche ich! Oh oh! Die kommen, die kommen! Nimm den hier! Nice! Oh oh! Ja komm, rein! Ich bin hinter euch! Nicht weit! Nur ein bisschen! Nicht aufs Deck! Nein! Nicht du! Was? Achtung! Akali! Akali von hinten! Oh nein! Ja, aber die musst du eh erstmal den Ding zerstören, oder? Ja! Ich pack die nicht alleine, siehste! Ja komm! Ich pack die nicht zu Deffen! Ich weiß auch nicht, ob ich die alleine hinkriege! Ich bin hinter dir! Oh! Die packt, die packt das viel! Die packt, die packt das viel! Aber ich hab keine Ulti! Oh! Der Fail! Was? Aaaaah! Lord! Du bist uns verarschend! Jetzt hast du keinen Sprung mehr, ne? Ja, das hilft halt, ne? Ja! Ah kacke! Ja, sehr gut! Ach komm schon, ey! Der Ulti! Ey, warte mal! Da ist bestimmt ne Quinn irgendwo! Ja, besser ist es mal nachzugucken! Alles easy! Oh lol! Und wir machen das jetzt! Das heißt Troll, die kriegen es einfach nicht zu Ende! Weil es ist 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 einfach nicht zu Ende! Warte mal noch 10 Sekunden! Ähm! So, ne? Jetzt! Hier oben! Was? Hier! Hier! Da kommt der Ulti! Hier war der Ulti! Lol Die sind Pepin, what the fuck? Ah kacke! Yes!! Höhna doch, höhna doch! So, okay, wo kommt Creeps? Komm, def das Ding doch, das kriegt ihr hin! Naja, da kommt Creeps, lass jetzt drauf! Warte! Da Darius, kein Darius! Darius, kein! Tatsächlich haben wir die Ulti rausgedatet und ich fand's nicht... Wir sollten den! Findest! Okay, dann inne! Ach, scheiße, inne! Ach, kack, ich hab einfach... Oh, fack, du bist abhauen, du bist abhauen! Ach, du kack, was war das denn jetzt? Oh, klar! Ja, du kannst dich aufgeben drücken! Am Ende fühlen sich alle so lustig angesprochen und machen das! Hallo, wir gewinnen das noch! Was ist da los? Ja, klar gewinnen wir das! Was auf! Was machst du denn? Kacke! Okay! Oh, der war mein... Ey, der selbst hat seine Pässe! Jawohl, gib ihn mir! Oh, juhu! Wir verkackt, ne? Ja, wir verkacken gleich jetzt! Naja, gut! War ein lustiges Game, Leute! Machen wir gleich nochmal! Ja! Oh, gut! Äh... Jo! Ciao!